Es ist eher so zu beobachten, dass etwas weniger Leute anrufen, weil halt eben Gemeinschaft, sei es jetzt in Familie, Gemeinde, Freundeskreis und so viel eher präsent ist. Allerdings muss man sagen, dass es schon so ist, dass es ab und an mal Anrufe gibt, wo man merkt, okay, da ist eine gewisse Einsamkeit, weil Einwanderungsgeschichte nicht die Stimmung wie vielleicht im Ursprungsland und so. Das ist eine Sache, die wir immer mal wieder beobachten, aber es ist jetzt nicht überbordend, dass wir jetzt jeden Tag vorhin solche Anrufe haben. Aber auch manchmal solche Themen wie Gewissensfragen, also ich fasse den nicht oder sowas, aber es ist auch nicht überbordend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es signifikant, wenn man dann plötzlich losgeht mit solchen Anrufen, aber die gibt es dann halt in der Zeit. Aber grundsätzlich ist so beobachten, Gemeinschaft scheint wirklich dazu zu führen, dass weniger bei uns anrufen, weil sie einfach unter Leuten sind.